ja hallo leute wir sind hier wieder in einem vorgestellt Vorschau 2 und es ist immer noch alien tail tavern ja wir sind jetzt hier und müssen mal gucken wie wir weiterkommen es ist immer noch kneipenroutine angesagt als ich hier gestartet habe sind eben die zwei fässer reingeflogen keine ahnung was wir da machen müssen schauen wir weiter was hier noch so geht so gucken wir mal hier sind jetzt die fässer wahrscheinlich mache ich jetzt erstmal kaputt weil die sind ja im weg hier hier können wir sauber machen gott hier liegen auch noch äpfel rum so das muss ich aufheben apfelkern hier muss ich fegen naja tolle kneipenroutine das kann ich nie lesen das genau so wenig ist eigentlich offen oder zu geschlossen das ist auch gut so kann man es ein bisschen sauber machen hier fußsporen ich stelle mir gerade die frage ob letztens diese fußsporen auch da waren nur dass die jetzt anders aussahen benötigten fass haben wir das weiß ich nicht haben wir wohl können wir das schon mal hier entstellen ne so ich muss erst so drei klicken und dann kann ich den gegenstand platzieren dann habe ich das fass da okay da ist ja auch nur noch eins drin haben wir alles richtig gemacht hier sind noch zweimal essen drinnen kerstin würze können wir nicht kochen ne können wir nicht uns fehlt was oder auch nicht wasser fehlt uns aber ne haben wir auch jetzt können wir schon mal kochen das war die fehlte geschichte da müsste man eigentlich schauen erstmal wasser holen zwei eimer eigentlich oder weiß zwar nicht wo der zweite ist aber ist erstmal gut ist das hier Müll kann man den kaputt machen nein aufwägen kann ich den auch nicht keine ahnung wie das geht gut äh Geschirrplatz Speisekarte wir haben Stag wir haben Gerstens aber weiter geht nix ne ja das ist erstmal alles hier sind noch ein freier Zeilen ok da kriege ich weniger Erfahrung ich würde aber gerne was anderes machen aber wie Glocke Kerze können wir dunkel machen Gerichte anrichten Gerichte anrichten na super aber da kann ich jetzt hier Gerichte anrichten machen oder was ok da ist das Essen dahin gekommen auch sehr schön oh Inventar verschiedene Spieler aber ich bin alleine eigentlich also raus gehts doch nach da oben ne ja da kann ich öffnen aber lass mal gerade hier beim Händler gucken ja gut die Dings ja können wir denn was anderes hier kriegen ne Zucker das ist alles noch nicht freigeschaltet da müssen wir Level 6 haben oder was und hier ist Level 4 Level 4 hier gibt es kein Level dran an den Hühnern und so so einmal haben wir Fasswesen ja das müssen wir neu kaufen wenn es kaputt ist hier Muskete und sowas kann man auch ohne kaufen tja runden Tisch haben wir jetzt freigeschaltet gehabt ne für zum Lagern von Gegenständen verwendet ok Braukessel Geschirrwäscher runder Tisch der ist jetzt neu ne aber so viel Geld habe ich nicht deswegen kann ich das nicht kaufen alles klar gut das heißt wir müssen den Laden erstmal aufmachen kommt hier schon wer ohja da sitzt schon jemand Starkbier ok ok gut bitteschön also jetzt mit dem Fass hier ok weil ich festhalte nehme ich das Fass ok ok sie ausgedrungen hey alles mal richtig ok und Starkbier ok ich glaube den Tisch habe ich unpraktisch hier hingestellt du aus hier hier wird nicht rumgeeiert ich glaube ich habe gar nichts zum kochen mehr wasser einmal ist nur da ne ne auch noch nicht mal genug ich brauche Gerste die muss ich mir mal ganz schnell holen ich habe einen Levelaufstieg jetzt gibt es Mais-Samen und Koch-Mais ok ich habe einen Levelaufstieg Starkbier ich hätte noch eins in der Hand oder wie sehe ich das ok ok so zweimal essen dreimal essen viermal essen wow warte kann ich doch mitnehmen alles wir müssen gleich schon wieder was kaufen haben alle was zu essen können spülen gehen aber wir holen Wasser ich bräuchte eine Kükenhilfe ne ist nicht schlimm dass ich keine freien Plätze mehr habe ich kann mir den Tisch ja sowieso nicht leisten ich kann mir den Tisch ja sowieso nicht leisten ne das auch nicht wo ist es denn jetzt da unten kochen und hier kochen aber wir können noch ein zweites gerecht machen gekochter Mais den sollten wir dann mal kurzfristig machen ne auch noch mal kochen das läuft schon mal oh da gibt es noch Leute Starkbier zweimal da sitzt schon wieder jemand Starkbier noch ein saures Glas weiß ich nicht nehmen wir aber erstmal hier kann ich denn hier noch was hinstellen ja hab ich sogar noch Starkbier fertig schnell hin ich will abwaschen aber wir können jetzt mal den Gerstenbrei da hier Karte verbessern gehen wir jetzt auch an den Mais den muss ich natürlich erst kaufen Wasser brauche ich da und Mais Mais habe ich aber nicht hahaha aber warte mal in der Zeit können wir das andere vielleicht noch machen was ist das einkaufen hier hast du wo kriege ich denn jetzt den Dingens her den Mais her Zucker Zuckerrohr Hopfen wo ist denn Mais Teller ja den Mais muss ich mal anbauen oder was Zucker Zuckerrohr Bierrumpen hier gibt es kein Mais vielleicht soll ich hier mal ein paar Teller am Krüse kaufen hier da müssen wir mal überlegen und dann müssen wir mal überlegen wo wir Mais weg kriegen tschüss und du kriegst einen Gerstenbrei wunderbar Wasser holen Pilze über Gersten Samen gebratener Ebersteeg ja ich glaube wir müssen die Kneipe jetzt mal zumachen also das läuft erstmal alles ziemlich gut oder jetzt wollte ich den Gerstenbrei und er da beides ne gekocht haben jetzt haben wir das Problem gekocht haben Mais muss weg habe ich alles nicht so ich muss von der Theke vielleicht was nehmen so ich muss von der Theke vielleicht was nehmen dann kriege ich erstmal ein Starkbier so jetzt ist nur die Frage wo kriegen wir den Gerstenbrei weg äh den Mais weg das ist natürlich dunkel ne gibt es hier irgendwo was ist das ein Baumstamm was ist das da Sumpf Taverne Wald hier ist der Wald da geht es ok ok da darf ich nirgendwo hin dann alles klar ja aber was mache ich dann hier Wasser haben wir da ist Mais oder sieht nur so aus ist aber keiner vom Weiten sah es so aus tja hier kenne ich mich gar nicht aus hier ist eine Tränke da können wir noch ein Schwein rein machen aber was machen wir hier jetzt sprechen wir mit dem noch oder jetzt hören wir doch mal Action hier im Zombie ok ok kommt einfach so hier mal ne Abfall ist ein Gesundheitstrank auch geil oder so jetzt wollen wir beide noch reden hat der denn jetzt was mehr für mich hat der denn jetzt was mehr für mich also hier ist jetzt nichts freigeschaltet Kerstensamen ok die kann ich jetzt mal kaufen gesundheitstrank ist jetzt neu den habe ich aber auch gerade gekriegt kann er ja trotzdem mal kaufen hier ist jetzt nix einen runden Tisch wollte ich schon immer haben dann verkaufen dann verkaufen wollen wir jetzt gerade den Abfall können wir verkaufen ja haben wir da Geld für gekriegt weiß ich nicht ich habe jetzt nicht drauf geachtet und Action hatten wir jetzt auch mit dem Zombie ne da habe ich aber Glück gehabt ne vielleicht sollte ich mal die 8 jetzt gerade drücken damit ich ja damit es mir wieder besser geht jetzt sollen wir noch Ausbeuten Ambrusbeuten Gerste und Abfall ok na dann da Wasser rein das ist erstmal ok und Filzsuppe haben wir aber nichts was wir da machen können und da haben wir ja auch nicht was wir machen können aber hier können wir erstmal Gerstenbrei anpflanzen das hatten wir für Samen gekauft Gerste Gerste wo sind denn die Samen ach hier und Wasser und kochen so wer bist du und da und da und da und da und da und da Ich habe diesen Ort zurückgegebracht. Schade, diese Wee wurde verabschiedet. Nein, ich spreche über den Garten. Hier kannst du frutte und vegetarische. Es ist möglich. Doch du musst du hart arbeiten, zu verabschieden. Ich denke, ich beginne mit dem. Na gut. Tab, was ist Tab Rezepte? Erstmal gekochter Mais. Und was ist Quest? Säuber im Bereich. Freie den Garten von Schutt. Damit geht's nicht. Ah, damit geht's. So, haben wir schon mal 5. Oh, jetzt ist auch meine Axt noch kaputt gegangen. Oder Beil, was es auch immer war. Jetzt haben wir erstmal wieder genug Wasser. Okay, dann wollen wir mal schauen, dass wir jetzt hier die Axt kaufen. Verbrauchbares. Ich habe nicht so viel Geld, na super. Okay, das heißt, wir können erst aufmachen und dann weitersehen. Aber machen wir alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Und mich freuen wir, dass ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keiner überhaupt macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. K.